Wenn du verstanden hast, wie die Arbeit in Scrum fließt, dann hast du eine absolute Grundvoraussetzung, um Scrum überhaupt richtig zu implementieren. Ich zeige dir in diesem Video die drei Möglichkeiten, die drei entscheidenden Möglichkeiten, die ein Product Owner zum Steuern dieser Arbeit hat. Wenn wir Scrum als Framework betrachten, ist es wichtig zu verstehen, wie dort Arbeit eigentlich fließt. Das Scrum-Team ist als Basis, ich sage mal gerne als Nukleus, in der Organisation vorhanden. Es ist die kleinste Einheit. Wenn du bereits bei einer kleinen Einheit einen Fehler machst, dann wächst dieser Fehler bei einer Skalierung exponentiell an. Es ist also wichtig, im Kleinen die Arbeit richtig fließen zu lassen, um später in der Organisation weitere Verbesserungen auf einer gesunden Basis vornehmen zu können. Der Product Owner ist derjenige, dem das Product Backlog gehört. Er und nur er sorgt dafür, dass das Backlog immer richtig sortiert ist und das Product Backlog auch für alle transparent ist. Wenn jemand eine Anforderung für das Produkt hat, für das der Product Owner verantwortlich ist, dann muss er zu diesem hin. Das bedeutet, alle Anforderungen gehen über den Product Owner und er muss eine Entscheidung treffen. Die Anforderungen können vielfältig sein. Neue Features, Produktionsverhindernde Fehler, dringende Managementanforderungen, Support, Wartung und, und, und. Solange es für das Produkt relevant ist, muss der Product Owner diese Anforderungen kennen. Der Product Owner hat nun genau drei Möglichkeiten, mit diesen Anforderungen umzugehen. Er kann sie ablehnen, sie für später in das Product Backlog einsortieren oder aber mit dem Entwicklungsteam direkt sprechen, da es etwas Dringendes sofort in den Sprint muss, weil es eben nicht mehr bis zur nächsten Planung warten kann. Wenn der Product Owner unternehmerisch handelt, dann wird er nicht jede Anforderung in das Produkt lassen. Das ist ein gutes Recht, denn er ist für den wirtschaftlichen Erfolg verantwortlich. In dem Falle brauchen wir keine weitere Betrachtung vornehmen. Die Anforderung findet keinen Weg in das Product Backlog. Haben wir eine Anforderung, die für das Produkt wichtig ist und auch umgesetzt werden soll, dann wird der Product Owner diese Anforderungen in das Product Backlog aufnehmen und bewerben. Dabei wird er mit Stakeholdern sprechen, das Entwicklungsteam befragen und natürlich auch Refinements durchführen, bis die ganze Anforderung verstanden ist. Wenn diese dann refined ist, kann sie in einer Sprintplanung beplant werden. Natürlich passieren unvorhersehbare Dinge. Das wissen wir und das wissen wir auch in Scrum. Es kann also tatsächlich passieren, dass wir etwas bearbeiten müssen, was direkt in den Sprint kommen muss. Wichtig ist, dass auch dieses so geschieht, dass die Anforderung natürlich verstanden ist. Jetzt gibt es innerhalb dieser Möglichkeit zwei Varianten, die Teams oft machen. Die erste ist, dass Teams bewusst etwas Kapazität nicht verplanen und kleinere Dinge ohne Veränderung des Plans aufnehmen können. Wir sprechen dabei von einem Puffer und Puffer sind betriebswirtschaftlich immer teuer. Trotzdem kann das in bestimmten Situationen hilfreich sein. Die zweite Variante ist, dass das Team neue Anforderungen in Sprint reinnimmt, dafür etwas anderes aber auch wieder zurücklegt. In das Product Backlog. Damit ändert sich der Umfang hinsichtlich der Größe nicht oder nur sehr gering. Wenn du diese drei Optionen für dich bewertest und sicherstellst, dass das Team keine Arbeit von der Seite zugewiesen bekommt, hast du eine sehr gute Basis, dass dein Team erfolgreich sein wird. Wenn du diese Informationen dir gerne nochmal im Explainer-Style ansehen möchtest, dann lege ich dir nochmal dieses Video ans Herz. Natürlich habe ich, wie immer, für dich noch ein paar weitere Empfehlungen für Videos. Schau sie dir am besten gleich auch nochmal an, um dein Verständnis über Scrum weiter zu schärfen. Ich freue mich über Kommentare direkt hier unter dem Video und natürlich ganz besonders für das Abonnieren meines Kanals. Auf eine gute Arbeit. Dein Sebastian